hallo liebe freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren special mit dem lieben eike der hat mich dazu überreden lassen einen tag nach der großen sauferei silvester mit mir aufzunehmen das ist meine kacke dafür dafür danke ich dir schon mal kein problem dass du dich dazu überreden lassen hast ja und wir haben heute ja special habe ich gesagt zum patch 229 und 23 2009 hat neue kreatur känguru proko todon so heißt er weißt du es jetzt da war es halbes jahr event oder oder ende des jahres event also auf jeden fall hat zeit halbes jahres event genannt weil jetzt ein halbes jahr da ist das war das so eine kugel am himmel war die ich gestern noch kurz gesehen nachdem ich wieder nach hause gekommen bin und die ist vorunter gekommen und da sollen wohl solche head skins drin gewesen sein ja ich war halt nicht wach so lange bis sie runter gekommen ist aber ja haben sich ziemlich viele leute darüber aufgeregt dass das nur solche head skins sind und die da eine halbe stunde darauf gewartet haben also und dann wird die temperaturen um 25 prozent erhöht weil wir ziemlich viele neue spieler direkt abgekackt sind wo die hier angefangen haben haben zu weihnachten art geschenkt bekommen so auf server gegangen und direkt erfroren beste spielerlebnis würde ich sagen dann 15 zusätzliche slots im smithy weil man die ganzen blueprints die man vom raptor klaus bekommen hat gar nicht kraft kann weil man viel zu wenig slots hat ja und das ist eigentlich das wichtigste denke ich und das fängt natürlich an zu schneiden jetzt und ich habe mir von raptor den schenken lassen und das von raptor kompost die dingsbumsbogen schenken lassen ich weiß gar nicht hier heißt und was war noch wir sind auch schon auf 230 also das schwere neue und das ist halt da ist halt ein bug fix mit drin das irgendwie war mit dem känguru gesprungen ist da ist man durch wände gesprungen teilweise wohl und was wieder weg und ja es ist jetzt gefixt worden und dann halt dass das eventuell zu ende ist ist glaube ich nur das ist das einzige was glaube ich jetzt auf neuen patch war und wir gucken jetzt erst mal in swifi rein auf wir auch 15 slots mehr haben und wenn nicht so rasten wir aus obwohl wir müssen erst mal ich habe nämlich auf abgelesen war hat jetzt 75 slots auf agg lesen auf agg reddit gelesen auf agg lesen ich habe auf agg lesen mal war halt war hatte 25 slots aber kann irgendwie nicht alle benutzen von daher das wäre halt schwer so ein ultra bug es kann sein dass das auch gefickt worden ist ich nehme mal 3000 halt mit können wir testen jetzt gerade ein bisschen lack action am start über die als sexy ich will dass man die feile abbrechen kann erkannt so du kannst zwar verwechseln dann mittendrin so jetzt gucken wir mal jetzt sind wir auf 15 60 was freiner faktor nicht genug eikers wegen krepp den du in den swifi packen kannst wahrscheinlich nicht na ja kann ich hatte ich guck mal hier muss gerade auch gestehen ich habe gerade keinen plan wo du bist will ich den demo fordern und versucht habe zu snipen werkstatt bin ich gerade warte ich da muss ich wieder zurück ich nehme mir gerade hier ein bisschen was raus aus der reinkommen kann weil ich will ganz gerne wissen ob das jetzt wie ich von 70 slots sind überhaupt dann nur 75 steht und man trotzdem 60 vollpacken kann ja 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 also zugehört habe ich den ich wusste nicht okay ich kann nicht mehr reinpacken anscheinend ich bin bei 59 denkt dran ich habe den alten patch noch nicht und dann ist daran liegt nein 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 das hat doch nichts mehr zu tun die also ich kann nichts mehr reinpacken wir sind bei 59 und ich kann nichts mehr reinpacken also das ist wohl noch nicht gefixt okay dann wissen wir schon mal und einen anderen grund kann das ja nicht haben außer dass ein bug ist oder ich kann halt gar nichts mehr reinziehen kannst du noch was reinziehen hier ich dachte mal was wir sind hier die mit was das von arg versucht man da was reinpacken ok und wir beide machen uns jetzt auf die suche nach einem känguru nicht wahr wollen ja mal ausprobieren den guten bist du dafür bereit ich bin dafür bereit ja okay dann würde ich sagen kommen wir wieder wenn wir so ein extra plan gefunden haben bis gleich leute hallo leute da sind wir wieder eike ist auch gerade vor die toten wieder auferstanden und wir müssen euch berichten ich habe gerade ein lag dass wir jetzt drei stunden unterwegs waren warte ist wirklich drei stunden nein das waren sogar ein bisschen mehr um ehrlich zu sein das waren sogar mehr als drei stunden und wir haben nicht einen gefunden und wir haben ja unseren server so zurückgesetzt dass alle dino's gestorben sind also alle auf dem server sind aber resettet alle dino's und wir haben keinen gefunden wir haben drei stunden durchgesucht und wir haben nichts gefunden das ist echt unglaublich also im normalfall hätten wir wir haben sogar zu zweit in verschiedene richtungen wir haben uns überall verteilt also ja keine möglichkeit wir haben schon spielchen gemacht wir haben drei bespiegel gemacht während dessen ja und vergessen denn aber ja wir konnten sich machen wir hoffen dass wir das im let's play nachholen können dass wir da ein schönes extra klar finden aber keine möglichkeit ist echt schade so wir können aber zumindest vorstellen hier den sattel was dann damit zettel pro code 35 ip lernen wir das ganze mal oder auch während dem lernen muss ich eben zwischenzeitlich doch sagen wir entweder einen verlust zu ja erst mal aber jetzt mal ernsthaft ich kann nicht mal den sattel lernen nein versuch du das mal moment geben auf ein gramm punkte ich habe genug an gramm punkte ich klicke doch drauf ich habe 766 reicht das ja knapp haa das muss ich eingeben pro geballfach pro und nein also wie mein nachname ja ektron pro ich kann's halt ich kann's nicht mal lernen also entweder ist das viel also der zeigt ja bei dir an ja 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 als wir hast das noch nicht frei geschaltet oder weil das ist ja mal richtig kacke aber wo wäre der dann also vielleicht kommt er auch erst wenn der schnee wieder weg ist wenn die das gemacht haben wenn das winter event vorbei ich habe halt gelesen dass afrika ich habe halt schon gesehen dass halt welche die getankt haben das halt irgendwie komisch also auf offiziellen server ist es wohl anscheinend auf jeden fall da aber ich kann halt nichts machen ich kann das ding nicht lernen obwohl ich halt 1.597 punkte ab weil ich so ein mind drive tonic benutzt war das nötig gar nicht mit absicht man so soll ich jetzt auch nicht weh getan auf jeden fall ich glaube das ist alles diesen patch na also auf jeden fall das neue das neue tier ist das kangaroo müssen wir irgendwie noch im let's play dann irgendwie bekommen das können wir euch leider nicht zeigen wir würden es tun wir könnten aber keine möglichkeit das ist mein fernklaus so wie gesagt wir haben einen verlust zu bekündigen wir haben verlust zu werden ja wir haben unser plesio verloren ein plesio ich habe den sattel noch eingesackt der erst an dem megalodon gestorben obwohl unser halfwalt komplett eingezahlt ist ist der anscheinend entweder reingebackt oder was weiß ich nicht auf jeden fall waren wir gerade unterwegs zu suchen auf einmal lesen wir dass der plesio gestorben ist und der weil er 16 also nicht der plesio sondern der megalodon und wir hatten wohl die plesios auf passive was mir bis jetzt nicht erklären kann warum die auf feste fahren auf die warte ihren eifer gekillt war schon ganz schön mies tragisch tragisch naja ich hoffe ich konnte trotzdem ein bisschen was mitnehmen aus diesem patch gedingsbumse was wir hier alles erzählt haben was ist das ja ich bin das ist ich hier ist beset wenn wir uns sehr über ein like oder abo freuen und dann hoffe ich dass wir euch das nächste mal wieder sehen und frohes neues jahr habe ich das schon gesagt groß neues jahr leute groß ist ja ich würde das klopapier leer hau 3 joh tschüss